Da war ein Leck doch überhaupt nicht, oder? War das jetzt ironisch? Nein. Noch kein Leck gemerkt, oder? Nicht? Nein. Mein Flugzeug ist einfach durch die Gegend geruckelt. Aber ich finde unsere Flanks passen ganz gut im Endfight, oder? Kriegen wir ganz gut hin? Ja. Ich sehe einen einzigen. Bei dir sind es zwei Teams und einer im Westen noch weiter. Ja, genau. Spiel bitte. Spiel bitte. Bei dir in der Halle ist einer dran, ne? Hallo. Ciao. Oh, ist noch einer! Ey, was fällt da aus? Knoppt. Nur noch ein Schuss, oh mein Gott. Wo haben wir denn jetzt her? Wo kommt die alle her? Kommt ruhig. Kommt ruhig. Kommt ruhig. Ich komm jetzt zu dir. Nein. Wo? Okay. Halt schon. Einer muss hier noch irgendwo sein. Einen habe ich getötet gerade, ne? Ja, ja. Ich habe zwei Kills. Einer muss noch irgendwo sein. Hast du jetzt ne Waffe? Ja, ne UC, aber kaum Moni leider. Komm mal her, ich kann dir noch was... Ach nee, du hast ja ne Schrot, okay. Ja. In einem kleinen Hallen hier rechts der Lüfter eigentlich kann er mehr sein, oder? Das weiß ich nicht. Ich habe... Zwei bei dir runter kommen sehen und einer bei mir rechts. Äh, links im Westen. Drei haben wir tot, also einer fehlt noch. Ich komme mal mit bei dir. Ich komme mal bei dir mit. Okay. Hallo, hallo. Anybody hier? Hm. Reaction. Ich kriege noch ein 1er-Helm und eine 2er-Wester-Rage. Schon alles zwei. Rucksack fehlt mir noch. Grüne Muni fehlt mir auch noch. Der eine war aber auch ein Dödel, ey. Sieht genau, dass ich da schon drin bin und läuft da ohne Waffen auch noch mit rein. Der andere hat gerade ne Waffe aufgehoben. Noch grüne Muni für mich? Nee. Null Reload. Aber wenn du sein Maid erschießt, dann ist es doch total sinnvoll, dass er da reingeht. Nein, nein, ähm, ja, andere hat er mich noch gar nicht gesehen. Das war auch nicht sein Maid. Also ich bin reingelaufen, hatte noch keinen gesehen und dann lief er an der Halle entlang ohne Waffe vornherein. Da habe ich den genockt, gefinisht und dann habe ich den oben da auch nochmal genockt. Also es waren zwei unterschiedliche. Ja, okay. Ist noch ein 2er-Helm? Brauchst du noch ein Reddod? Ja. Nimm mal ein Muni-Packet bitte. Ja, liegt. Ja. Wettert? Hab ich den gelegt. Achso, gelegt. Ja, okay. Was ist der Amotyp? Ist er auf AFK gegangen? Kann auch sein, ja. Ah, ich habe etwas gefunden. Ich habe etwas gefunden. Ja, hier liegt auch noch Muni. Nein, in der Acker. Ja, da liegt noch Muni hier. War das dein Ernst? Apparently. Was hat er denn für ein Potato-Aim gehabt? Obst, er stellt sich einfach auf freie Fläche, ey. Manche Leute, die denken auch nicht von zwölf bis mittags, ey. Scheiße. Das war schön, dich gesehen zu haben. Was ist denn? Willst du es haben? Nee, lass mal. Nein, bringt das doch nichts. Hast du Spaß? Ich würde da gerne einen Shally drauf machen können. Das sähe so cool aus. Ich glaube, der Boy war hier schon. Das ist möglich. Aber der hatte doch nichts, ne? Nee. Not really. Not really. Ja, der war hier schon. Shit. Wir sind auch diesmal, ne? Mhm. Aber über Grave fährt und dann... Ja, warum nicht? Brauchst du noch irgendwas? Ich kann einen Booster abgeben. Das war's. Nö. Und zwar Backpack. Ach, come on, ey. Warum schaffe ich den Sprung nicht so oft, ey? Aber ich hab so das Gefühl, wenn du gegen Hacker spielst, im Third Person hast du wenigstens, wenn du davon kommst, wenigstens noch die Chance, das irgendwie zu lösen, das Problem. Und wenn du jetzt keinen übelsten Spin-Bot haben, dann können sie halt gegen zwei Seiten, gegen eine richtig gute Flankierung können sie halt nichts machen. So. Es ist auch wieder so geil. Ich rutsche einen Meter diese Felsen runter und krieg direkt Full-Damage. Ja. Brauch ich noch einen Aufsatz für die A-Karten, sonst so ist alles cool. Ai, ai, ai. Der Zweier-Weste noch hier. Nee, ich bin Z-Zwei. War nur Zweier-Rucksack. Sks. Mm, a, mm, a, mm, mm, mm. Na, vorhin hat sie gute Dienste geleistet auf jeden Fall. Ich würde sie nehmen, wenn du sie nicht spielst. Na, schon weg. Nix weg dafür? Usi. Naja, okay. Ich fällt irgendwie auf dieser Map auch nicht ganz so weibe. Nee, Usi, nee. Nur im Haus, fuck. Hast du irgendeine Equip für die, äh... Für die Usi? Nee. Press? Nee, doch, durch eine Vertical habe ich. Ja, den habe ich schon. Alles andere nicht. Smokes hast du. Bye, Papa. Rülfer. Komm, wir müssen mal laufen, Bergziege. Hey, hier. Ich habe nicht so viel Heal. Ja, das sind... Ein Clip 20 Bandagen. Bei mir ähnlich. Ich kann hier nochmal durch. Einfach... Das hat es nicht gelohnt. Hier ist der 2er Rucksack. Ich brauche noch einen M4-Badsack. Dachst du aber früh. Ja, ich habe gerade erst den M4 gefunden. Also, wenn ich den einen finde, muss ich den immer mitnehmen für dich, oder was? Weil ich spiele den nicht mehr. Ja. Leute, die nächste Saison, ey. Wir haben richtig Zeit. Nice. Oh. Check 9810. Hat sich gekillt mit einer Granate. Best in Peace, Bukudi. Ich weiß noch, meine allerersten PUBG-Games, die waren so richtig gegammelt. Weißt du, so... Habe ich mich gefreut, dass ich in der Zone war. Da habe ich ein Haus hingelegt. Surrender Person geguckt. Die ganze Zeit. Habe nichts getan. Bin nirgendwo hingegangen. Richtig so anfängermäßig, ey. Art. Aber ich kannte ja so eine Art von Spielen nicht. Ich dachte, es ist halt sinnvoll, sich nicht zu bewegen. Aber ich habe übrigens die erzählt, Rage. Ja, aber... Mirwag fährt mit dem Modus ja auch immer noch gut. Ja, aber er spielt es halt viel besser. Also ganz anders eigentlich. Wobei ich finde, also ich habe ganz früher mal bei ihm zugeguckt. Mittlerweile aimt er auch gut. Früher hat er halt auch einfach... Ja, er ist besser gesungen. Richtig schlecht geaimt. Mittlerweile aimt er echt gut. In dem langen Haus bin ich noch nicht durch. Doch, doch. Der hat auf jeden Fall dazugelernt. So, es geht technisch. Gelernt kann man ja nicht sagen. Dann es geht jetzt zugewonnen. Oh, ich habe einen Pankeler übersehen. Und einen Kompressor. Kommt. Was? Ich habe eine Tür aufgemacht. Bin einfach durchgegangen. Ich habe nicht gesehen, dass da unter dem Tür... Unter dem Türblatt lag ein Schalldämpfer, AR und ein Pankeler. Ja, das passiert mir auch öfter. Krass, ja. Hier unten liegt noch eine Smoke, ja? Ich habe zwei, das muss reichen. Ja, da habe ich gerade eben für dich, für deine Rettung... Hier, nimm die Smoke-Latt, du Schlüble-Meldung. Motorrad ist 2,30 auf dem Berg gefahren. Da kommt man hinterher. Smoke-Ebenen waren auch alle völlig useless, ehrlich. Ach komm. Habe ich da gerade eine Bewegung gesehen? Ja, 2,30. Sie ist ein Wopped hochgefahren. Aber warum habe ich... Ja. Bist du mit, Digga? Ja, ich halte gerade nur auf, ja. Oh, der wollte Bandagas benutzen. Ne, das war was Gerendertes, was aufgeploppt ist. Aber hier links von uns, ne? Also, hier so, hier... Ja, da vielleicht bei den Häusern. Bei der kleinen Hütte da, ja? Ja, das ist ein Stück weiter hoch noch. Ich bin auf jeden Fall noch vorbei gefahren, glaube ich, mit dem Moped. Also, ich habe das Moped nicht gehört, ne? Ich auch nicht. Ne. Ich weiß nicht, dass die lange gehalten sind. Was nicht? Im März soll jetzt wirklich der Testbild rauskommen, ne? Für die Formal 4 Map. Häu ich mich wirklich drauf. Gott. Kommt ja gar nicht mehr zum Arbeiten, ne? Wird ja nur noch gesuchtet. Noch vor uns hier an den Hütchen sein, ne? Vielleicht war es auch ein Pixelfehler. Ich habe da jetzt einen Schatten entlang schon gesehen. Ja, aber Moped hätten wir doch gehört, wenn es so close gewesen wäre. Nächste Vortimes ist mir. Bitte. Achso, ich brauche noch einen Extended Mega AR. Du brauchst noch einen Flash-Header AR? Ja. Ihhh, fuck. Oh, das kann eklig werden. Und dann sollten wir das jetzt schnell hinter uns bringen. Oh, das könnte voll sein. Wir wollen jetzt noch Power Grid, ne? Ja, glaube ich. Das ist Power Grid, ne, das ist weiter südlich von Power Grid. Wird Nord Picado sein. Also die Häuschen, die man über dem Nord Picado gibt. Dann kannst du doch die von eben gewesen sein. Morgen kann ich übrigens auch wieder streamen, Rage. Wenn du Bock hast. Mal wieder Duo-Session. Morgen kommt wahrscheinlich eine Freundin vorbei. So eine Freundin. Da muss ich wohl zuerst spielen morgen. Ich werde meinen Solo-Chicken-Dinner-Award machen. Da ist ein gestütztes Bike vor uns. Bei 20. Da laufen zwei. Ich schieße. Weißt du, was war gerade noch ein Bike, ne? Der ist dann noch hinter der Kante, ne? Ja. Hä? Hinter mir. Da, hinter mir. Ja, na, na. Weißt du, 2,30. Relativ close. Ja, ich muss mich halten. Versuch zu dir runterzukriechen. Der pusht rechts rum. Moppet-Boy? Ich kann für dich spotten. Werke ich, Mann. Komm her, komm her. Da hin? Ja, komm zu mir. Ja, RIP. Hopping, hopping. Jetzt schnell. Alter, du bist ein Gott. Du bist ein junger Gott. Hast du Waffe im Spiel? Ich brauche wieder kompletten neuen Panzer. Ergi, 2,20. Kontakt. Und 2,20 läuft. Hinter uns, ne? 2,20. Ja, hab ich gesehen. Lass mir bitte Panzerungen drin. Oh, der hat ja nix. Fuck. So, einen hab ich. Ah, hier. Hier, hier muss er irgendwo liegen. Wenn die Zone kommt. Rage, hier. Hier, komm her, komm her, komm her. Okay, perfekt. Nur 4 times hast du das gesehen, ne? Nein, ich gesehen hab ich. Ist das die Dead Zone? Ne, wir haben, ach, gar keinen Stress, Alter. Gar keinen Stress, Mann. Gar keinen Stress. Mann, ich brauche hier noch. Lol, Alter. Richtig zerruft die Jungs. So, wo müssen wir hin? Okay, alles gut. Der, der Junge mit dem, der Junge mit dem, äh, mit dem Buggy, ne? Der ist noch alive. Ist nur ein 3er für dich? Hab schon, hab schon, den ganzen. Ich brauche nur eine ganze Weste. Pass auf, dass der Buggy-Boy, der könnte genau vor Ort sein, an der Kante. Ah. Jetzt 3 Kids. Oh, ja. Ach, Mann. Ja, neben dem Stein, links. Ja, ich seh's. Oh Gott, Mutz, zeig, was du kannst. Ah, ne, wenn er nichts werfen kann, dann nicht. Ich bin down. Also noch eine halbe Zweier, wirst du. Hauptsache, dieser Spaß geht's in die Zone zurück. Dann dieses Third-Person-Gekümmel. Der ist down. Der ist down. Ist dein Ernst, oder? Ja. Weiter. Ach, nix hat er mehr gehabt. Fuck. Ich hab noch, ich hab noch HAL-2, ja. Das ist gut. Voller, voller SKS. Okay. Was? Das war Schali M24. Mhm. Und dann Das ist jetzt schwierig. Was mach ich denn jetzt? Oh Gott Das ist noch überall Ja, mich auch Aber knapp, ne? Ja Ja Aua Ich weiß nicht mehr von wo, Alter Darum muss ich den Kackhütten Der Propeller ist ein Typ Ja, ich ganz kurz Darum ist hier der Rechtser ist drin Genau Ich kann von unten abfangen Echte Axt Rechts Kann ich sehen Da hast du deine drei Äste Was war der Scheiß? Hm? Ehrlich? Tja, was mach ich denn jetzt? Spielen oder bleib ich bei dem Setup? Eigentlich ist das Setup ganz geil dort Halb Ich bin doch grad gut rein Ich bin doch grad gut rein Der Entzündung haben wir doch eher alle 3er Helme Und jetzt stellt er sich hinter die nächste Hütte Ich hoffe, dass da keiner schon drin sitzt Ekelig, ne? Bin ich widerlich, Mann Ja Haha Haha Das Schöne ist, ich hab ja 60 Grad Vision, Alter Ja Ich hab die Spielweise auch perfektioniert, ey Ich? Was? Im Idealfall geht die Zone zusammen und 5 Leute sind tot Okay, bei den Häusern ist noch was Da geht's gleich richtig los Und da links muss er auch sein, ohne MK14, Alter Bist du absichtlich in-game? Und was? Ob ich absichtlich in-game rede? Ich rede in-game Achso Das wird in-game geredet Oh ja Ne Ist meine Schleichen-Taste Da ist einer oder zwei und da links ist auch noch einer Okay, gegen zwei Nice Ich würd sagen Ich bleib hier Voll irritierend Du redest die ganze Zeit in-game Also entweder sind da zwei Aber da links hat er auch noch einen Schuss, oder nicht? Gerade eben Wenn da jetzt noch ein Zweierteam ist, wäre das natürlich bitter Ich hab's drauf an, wie sie pushen Wahrscheinlich gar nicht Wahrscheinlich scheißen sie sich ins Knie, ey War da einer, oder? War da einer, oder? Weißt du schon mal, welchen Rich der Fat Person piekt? Ah, okay, da ist Nummer drei Okay, nice Da ist einer und da ist einer Wenn die beiden sich finden Der Joker Rechts muss zu links eigentlich laufen Ich weiß, genau Also entweder zu mir, oder nach links Nach links Gönn dir, Junge Bauer 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 Seht da hier oben an der Palme Wie der letzte Third Person Wichser Oh, ist das geil Da bist du glaub ich nicht drin, ne? Also Brauch laufen Ah! Easy! Chicken dinner! Bauer 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 Bauer